Früher, da sah die Welt noch ganz anders aus. 2024, meine Abi-Zeit. Inflation, Kriege, Rohstoffmangel, Klimakrise. Eine Gesellschaft am Abgrund und am Boden dieses Abgrunds. Ein malender Hügel aus nicht verrottenden Kaffeekapseln. Im übertragenen Sinne. Da musste man doch etwas machen. Also nicht so wie heute. Da machen diese Roboter ja alles für einen. Und da bin ich natürlich zum Studium an die TU Chemnitz gegangen. Wohin sonst? Denn wenn uns etwas retten könnte, dann doch wohl die Wissenschaft. Nicht falsch verstehen. Ich erwarte keinen Dank. Aber wegen Leuten wie mir gibt es diese Welt noch. Danke, Fem. Bei unserer Universität forschen und lehren wir für die Zukunft. Bewirb dich jetzt für ein Studium an der TU Chemnitz.